Hallo ihr Lieben, zurück bei den Nationalen mit dem Kingsplay. Heute mal Battlefield 3. Unsere ersten Runden nach gefühlten 20 Jahren. Mit dabei ist der Ado heute wieder mal. Hallo. Und wir haben unseren Tizian L.P. dabei, den guten. Hallo. Und ich schaue gerade, wie ich das Team wechseln kann. Ja, also Platz ist ja auf beiden Seiten. Jetzt bin ich US-Einsatzpunkt, aber wie komme ich auf die andere Seite? Warte, wir sind auch US. Also ich bin auch US. Ja, ich bin auch US. Ja, jetzt sehe ich gerade... Delta Squad, bitte. Delta. Delta. So, ich bin drin. Ja, Ado doch ist die da. Ado ist Alpha. Komm runter zu uns. Wir haben Kekse. Wir haben Kekse? Will jemand mitfliegen? Hubschrauber? Komm, Ado. Ja, Moment. Ich muss mal gerade... Warte, wir gehen zu Ado, sonst dauert das zu lange. Nee, nee. Schon gut. Wo ist denn Ado? Dann wirst du mich verarschen. Ja, aber ich war schon. Aber ich bin schon. So, was macht ihr Schütze? So, Hubschrauber. Will jemand Hubschrauber zu fliegen? Jo. Jo. Alles klar. Ach doch. Es gehen nur zwei rein. Ja, ja. Wie so eine Frau. Es gehen nur zwei rein. Hubschrauber. Bitte? Hubschrauber immer schön spotten, damit ich die Ziele sehe. Da. Ich mache einen Panzer. Ich schieße euch mal ab da oben. Alter, jetzt mein Spiel hakt ein bisschen. Das ist gerade schlecht beim Fliegen. Ja, das ist ein bisschen uncool gerade. So. So, steht er bei zehn auf der Panzer? Äh, nö. Nö. Aber da steht er. Seien geht, muss ich nachher. Oh, unerfasst. Aber nichts passiert. Aber ich sehe euch. Ihr seid da ja harsch. Bist du ausgestiegen? Harsch, Arfe und beim Boden. Oh ja. Irgendwas hat uns getroffen, ne? Nee, doch nicht. Weil wir sind schon wieder fast weg. Ich möchte gerne über den Berg drüber. Oh ja, da sind sie gerade vorbei jetzt nicht. Ich zerschieße immer alles, was geht. Da folgen wir so scheiße Flieger oder so? Gehe überhaupt nicht. Achter Endpläser. Ist das ein Flieger da hinten vor uns? Äh, ein Hubschrauber war da ja. Hubschrauber? Aber ich glaube, er ist weg. Was ist denn? Nee, irgendwie, ja, scheiße, Jet-Machines dazu. Kann ich ja mal nicht haben, die Jet-Piloten, ne? Ich könnte das irgendwie so gut, wenn die Spannen sind. Ah, shit. Ich glaube, wir sollten auf dem Boden bleiben. Ja, auf dem Boden. Auf dem Boden der Tatsachen. Wo bist du denn, Dave? Sollen wir bei dir einsteigen? Gerade zerschossen, Morton. Er ist tot. Gerade, äh, im Panzer. Wollen wir, äh, Infantry Line, äh, äh... Ich starte bei der Baustelle. Bei der Baustelle? Alle? Ja. Wer, wer ist was? Der Panzer macht uns den Weg. Ich bin der Heiler. Ich bin Versorger. Ich bin auch ein Heiler. 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 Oh, ich sehe jemanden. Ich renne vor. Den. Oh, geh doch mal weg hier, Addo. Hinter dir, Addo. Hinter mir? Ja. Vorsicht, im Gebäude ist jemand drin, ne? Erstens, hast du die... Ja, hab ich gerade weggeschossen. Erstens hast du voll die ganze Zeit in der Tür gestanden, dass wir nicht durchkamen. Oh, schau jo. So, Leute, einheb hier. Seid ihr alle fit? Mal aufs Dach gehen. Na ja, weiter zu B. Nicht hier aufs Dach gehen. Weiter zu B, Mensch. Bravo. Panzer links. Panzer links? Guck nach rechts. Das war rechts, ja. Unser Panzer hat gewonnen, alles gut. Panzer? Ja, ja, schon mit. B gehört ja schon uns. Nee, ist irgendwas am Einnehmen gerade. Wieder verlieren wir oder wir nehmen eins von beiden. Und es hakelt schon wieder, das Spielchen. Ich weiß nicht, warum. B wird, ähm... Eingenommen. Von uns? Anders. Ich sehe gerade, ihr seid da links. Ich komme von rechts dazu. B, nicht? Kein Kontakt. Aua, Kontakt. Hinter euch. Ich weiß nicht von wo. Ich weiß nicht, der hat auch noch einen Fall. Granatenfliegerung saugt. Oh, eine liegt vor meinem Gesicht. Hahaha. Ich kann ran. Ach, da links. Ach, von der Entkarte. Aber da waren es zwei, ne? Das ist ja noch für die Gasmaske. Bleiben wir bei Kingsplay eigentlich. Panzer? Ich muss erst mal die Steuerung, die kann man messen. F, alles klar. So weiter zu C, ne? Jep. Bravo gehört uns. Charlie als nächstes. Sie drückte sich nicht. Ich komme nicht um mich, schade. Hubschrauber. Über uns. Ich finde aber nichts, wenn ich da mit dem Maschinengewehr drauf schieße. Ja doch, sieht gut aus. Ja. Ist abgefügt, ich stolz. Es sieht gut aus. Ihr lauft da vor mir. Eigentlich müssten die anderen alle bei E sein, ne? Wenn ich euch eine Granate werfe, gibt das Beschuss? Für uns nicht, aber für dich könnte es für dich sein. Ey, da steht die ganze Zeit einer links von euch an. Den rennt ihr einfach so vorbei. Wo stand einer? Da links, den ich abgeh... Da, da wo jetzt die Silos sind. Ich komme schon wieder nach rechts, wenn du links sagst. Oh, der Panzer. Oh, der Panzer. Oh, der Panzer. Jeder Mann hat weg. Oh, der Panzer da hinten. Oh, ich sehe auch den anderen, den Schützenkreis. Ballpanzer. Oh, der Panzer. Ah, ne, war ein Panzer. Mh. Eieieiei. Der Schockt doch mal. Das ist nur meine Maus-Insitivitäten, weil ich mich schon mischt. Oh, ein Jeep. Seid noch am Leben? Ich steig mal wieder ein. Oh. Woher ist es so? Ich wäre gestorben. Ich nicht. Ich bin auch hier, aber ich kann mich ja nicht wehren. Ich bin auch noch hier. Warte mal, hier ist irgendwo ein Dings aufzustehen. Hier ist irgendwo einer. Den aber nicht. Nee, ich auch nicht. Na, Dauerbeschuss ist schon mal nichts Gutes. Und ich darf keinen Versorger nehmen, weil der kann ja echt nichts. Mama, liegst du da vorne? Alter, schießt sie auf mich, der Kerl. Willkommen zurück. Danke. Immer gerne. Das ist mein Job. Hier, deine Google-Mann. Wieder einen weggemacht. Mann, Mann, Mann. Ihr seid schon echt die Pros, ne? Auf jeden Fall. Ich fall hier immer nur rum. Wir gehen zu Delta-Ride. Nee, zur Echo. Ja, ist gut. Alter. Da steht aber ein Börser davor, ne? Börser? Können wir uns mal schnappen. Ja. Oh ja, ich sehe ihn. Nee, ist schon tot. Da ist aber noch ein Player drin. Ah, du bist schon mitten drin, wa? Ja, ja, ich bin schon ganz dicht dran. Mist. Ich habe ihm nur ein paar Schuss verpasst, aber dann kam der Hubschrauber, der mich auch noch geschmückt hat. Beziehungsweise mich wahrscheinlich auch gespottet hat. In dem ersten Haus ist er drin, ne? Genau da war er. Ist hier noch einer von euch? Ja, hallo? Nee. Ich kann ja schon wieder einsteigen, das heißt, wir können mich nicht zurückholen. Ich bin wieder bei euch. Scheiße. Wir haben das Einsatzzeitenloat. Kommt schon und rein zurück. Over. Können wir hier die Sprengfallen wegmachen. Ich helfe, Marcel. Du machst das echt gut. Wo? Wo sitzt einer? Ach nee, der ist schon tot. Draußen war einer. Ich würde sagen, alles klar hier. Ich logg mal. Ach, hier ist noch einer von uns. Ja, wir können jetzt eigentlich wieder... Haben wir irgendwo ein Fahrzeug hier? Das wir zu Delta kommen. Ich sehe auf der Karte nichts. Nee. Hier vorne, der Jeep? Ich nehme die Artillerie. Doch, hier vorne ist ein Jeep. Wo ist Ado? 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 Halt mich ab. Ja, hallo. Nee, wir sind ein anderer Typ hier, der fährt. Und so fahren wir euch. Ich sie fährt. Dann geht. Dann geht da hin, holde meint. Aber wo fährt er hin? Wo fährt sie zu C? Ich folge euch. Da ist auch erstmal das Dichtest. Das ist zu C. Hätten wir auch laufen können. Ich steig aus. Ich fälle die Punkte. Nein. Ja, also jetzt. Aber das ist schon mal gefällt mir besser als Allentium Modern Warfare 2, was wir auch schon mal gespielt haben. Das ist ja nun wirklich... Ich versuche mal, den Dings zu klauen. Oh. Häng fest, weil mich immer blockiert. Ach, du warst das. Wollen wir weiter zu Babu? Wir ziehen weiter. Mhm, ich glaube schon. Zu B gehe ich. Was denn? Da oben auf dem Berg. Aha, gemesset. Sauber. Aha. Hast du mir den Arsch gerettet? Hi, Jungs. Huch. Huch. Oh, da ist noch einer. Wir gehen aber nicht. Doch, jetzt haben wir den Schlag. Ah, ich wollte ihn messern. Schade. Ah, du warst schneller. Mano, ich komme schon von hinten. Ich schieße lieber, als dass ich messere. Ah, ich wollte mal cool sein. Ich wollte mal cool sein, sagt er. Ich wollte das auch mal können, wie ihr immer. Ich sichere auf dem Dach. Wobei das eigentlich nicht sichern ist, sondern er sich auch... Hinter mir. Ich wollte gerade sagen, ich habe da was gesehen, aber es war zu tun. Der hat mich erschreckt. Wo ich sehe ihn, ne? Mitten in der Halle. Ah, oben auf dem Dach ist auch einer. Feuer am Dach. Ja, ich würde überleben, dann kann ich bei euch hier rein. Den habe ich gemessert. Bin dabei. Sorry. Oh, hier ist noch einer. Alter, kann ich nicht schießen, ey. Wir haben einen feindlichen Soldaten in unserem Gebiet gesüchtet. Ist noch einer in der Halle? Ja. Oder oben auf dem Dach ist einer. Aber der ist jetzt tot. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Ich habe Punkte für einen Kill gekriegt. Ich gehe mal hoch. Aber ich werde hier beschossen auf dem Dach. Ich komme auch hoch? Ne, ich gehe runter. Hier wird man beschossen von allen Seiten. Aber hier bist du als Scharfschütze doch richtig geil dran. Zumal ich sehe, dass bei C dahin etwas los ist. Boah. So, wollen wir uns mal wieder sammeln? Ja. Weil wir könnten mal... Irgendwie ist überall was los, ne? Oh, jeder sollte mal einen Punkt nehmen oder so. Und dann... Nein. Dürfen wir uns nicht trennen. So, da ist Addo. Wo ist King's Play? Im Anmarsch. Hier. Der war noch Schiff nur eben. Hinterm Busch habe ich ihn gesehen. Ja, hier in der kleinen Halle. Da kommt er. Hast du auch deine Hände gewaschen? Puh. Die wasche ich an dir. Komm her, watsch ich ab. Geh weg. Ui. Hier, deine Munition, Mann. Gut. Oh, dir wird schon eingenommen von uns. Ja, dann können wir mal zur Arbeit. Panzer, Panzer. Kommt von der Straße jetzt. Ich sehe nichts. Du bist ja auch noch in der Halle. Wir sehen uns schon weiter. Äh, ich bin neben dir. Echt? Hast du denn? War das Auto, der noch in der Halle ist? Nein, der Panzer ballert auch. Wo denn? Ach nee, da. Von der Baustelle. Da liegt ein Toter. Oh, da sind welche in der Halle. Ja. Macht hier doch schon Sperrfeuer drauf. Das bringt aber auch nichts. Da, Sniper. Linke Seite. Linke Seite. Aua, Aua, Aua. Und, äh, dance. Und von rechts auch nochmal. Mal wieder ein Flieger von oben. Oh ja, oh, stimmt. Flieger war's. Ich hole nochmal Panzer von der Base. Wo ist der Flieger? Da, von mir drüben. Panzer? Oh ja, Panzer sind da. Nichts bewegt sich hier. Wir verlieren gerade alles. Ja. Das nehme ich mal Sperrfeuer. Boah. Na. Aber einen habe ich eliminiert. Ich habe auch einen. Nicht. Nicht. Doch, doch. Doch. Ist tot. Ach der war. Der gerade um die Ecke da, ne? Ja. Er hat dich von hinten genommen. Ha? Ja, ja, liebe Leute. Das ist, ja, ihr wird genommen und gerammelt und, äh, ich komme mal mit dem Panzer. Ich werde gemessert. Voll. Ich komme mal mit dem Panzer. Ja, ich bin auch schon mit dem Panzer unterwegs. Ach stimmt, da vorne. Einer kommt bei mir mit dem Schatzerschein hier. Wie kann ich denn den Rauch machen? Äh, mit, äh, X. Mit X liegen auch die Flares, falls du mal in einem Flugzeug oder Hubschrauber bist. Insofern du die Denen überhaupt nicht freigeschaltet hast. Aber drauf müsste eigentlich immer gehen. Ja. Oh, Panzer, Panzer. Nicht getroffen. Scheiße, nicht getroffen. Hallo, bist du bei mir? Ja. Oh, ausgestimmt. Ja, ich bin bei dem Brind. Ah, dann schieß mal alles an, was hier geht. Ihr seid auch... Ja, ich sehe nur leider gerne. Leute, wir spielen hier, ne? Nicht, nicht homo-militär. Ach so. Alter, ich krieg den Typ nicht mit meiner Hände eh umgeschossen, so eine Scheiße. David macht einfach alle Hose kaputt. Und Panzer. Und fährt gegen den Naster. Ich hab einen Typ nicht mit meinem Panzer-Töp. Ich faller hier einfach mal rein. Bleibt ihr mit uns überlebt? Äh, wir verlieren... Ich repariere den Wagen mal. Den Wagen. Den Wagen. Den Panzerwagen. Ich weiß auch gar nicht, wie voll der ist. Ah, da oben jetzt siehst du es. Hier, Heli. Hier war auch ein Typ hier. Hier sind die Film. Achtung, der ist einsatzsing. Oder eingenommen und ungesichert. Oh Gott. Oh, das trifft mich hier. Aua, aua, aua. Ich fahr mal weiter zu B, ne? Als ob der auf dem Störsender ist oder so. Ja. Wir verlieren dauerhaft TP. 60, 59. Oh. Oh. Der kriegt sauerhaft Schaben, David. Ja, ich guck mal. Ich weiß dann auch nicht warum. Wir brennen, oder? Wir qualmen hinten. Ja, ihr brennt vielleicht, aber ihr brennt auch nicht. Jetzt fahren wir weiter. Ja, aber jetzt ist es okay. Ja. Und er. Seid ihr bei Prag, oder müsst ihr auch. Und sind alles Minen, ne? Ja, aber unsere. Geht leider nicht. Wollen wir den B nicht einnehmen? Jetzt bist du rausgefahren. Achso, ich dachte, das macht doch nicht schon jemand. Alter. Da hinten drin, der geradeaus da. Und hinter uns sind auch drei Stück. Hinter uns? Ja. Ich fahre in Richtung. Ich fahre gleich um die Ecke. Genau da. Richtig. Da. Der ist down. Hinter uns? Oh, der Heli landet hier. Heli! Fahr einfach mal drüber. Ich merke gerade, ich habe mich voll aus der Ecke rausgenommen, ne? Dadurch, dass ich jetzt hier woanders hingefahren bin. Ja, selber schweißen. Voll doof. Aber dafür seht ihr mal, wenn man vernünftig einen, äh, einen Camp einbringt. Arme vorpasten. Sorge in den Griff, dass wir wieder gewinnen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da hinten ist ein Panzer. Da sind zwei Panzer oben. Ja, es sind zwei. Oh, David macht das. Pack mich jetzt von der Liebfrau und beim Arme trotst du hast eine Hilfe. Ich steig mal auf. Ich repariere ihn. Du schießt. Oh, ich bin tot. Ich habe beide überhaupt keine Waffe, um mit dem fertig zu werden. Ja, äh. Hilfe. Hilfe. Ich glaube, der landet gleich, um mich hier zu jagen, der Typ. Oh, scheiße. Hey, hat meine Rakete getroffen? Die Rakete hat getroffen. Wie geil. Aber der Typ geht noch. Scheiße, Mann. Ich fahrt mich noch mit seiner, mit seiner... Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, super. Bist du Sunny? Äh, ich bin Sunny hier. Hol mich zurück, hol mich zurück. Oh ja, scheiße. Oh, was? Nein, weg zu spät. Oh, ich steig bei dir ein. Chloe, ich habe voll vergessen, dass ich das kann. Ja, toll. Was du habsichtlich vergessen hast. Ich spiele das erste Mal wieder seit einem Jahr Battlefield. Äh, ich seit zwei Jahren. Ich habe die Kampagne durchgespielt, ein paar Online-Runden. Und dann... Äh. War es das. Ja, das sieht man aber auch. Deine KD-Gesamt ist super schlecht. Wo bin ich denn? Also, meine ist ja schon schlecht, aber deine... Hä? Sechs Kills? Sechs? Echt? Nein, ich meine die Gesamt-KD. Ja, wo steht denn das? Äh, die siehst du nur in deinem Gefühl. Oh, hier ist einer ausgestiegen. Echt? Nicht erledigt. Ja. Keine Ahnung, wo der kam, aber der ist runtergeflucht. Alter, wir werden gerade... Wir werden weggemotcht hier. Ich lock mal eben. Sollte nochmal weitergehen, wir haben eh eingenommen. Das war... Ja, aber wir müssen auch mal verteidigen irgendwann. Da schießt ganz leicht ein Panzer. Nein, wir müssen immer... Wir müssen immer drei... Äh, oder einen mehr als die anderen haben. Ich weiß, dass der Panzer nicht so zielsicher ist. Ach, shit. Nee, sonst hätte er mich wahrscheinlich schon... Oh, da steht... Er hat sich hingelegt. Nee, er lebt noch. Leg mich jetzt auch mal hin, sonst kriege ich den Panzerschuss gleich ab. Oh, ein Premium-Spieler war das. Oh, mich hat ein Premium-Spieler abgeschossen. Das hat doch nichts zu bedeuten. Premium-Spieler sind doch hier fast alle. Oh, da ist ein Panzer. Scheiße. Oh, ich habe Panzerfaust. Ihr habt mir, wo er ist. Ihr müsst immer Richtung sagen. Da, da, hier, da raus. Der ist doch markiert auf der Kabel. Wollte ich gerade sagen, er siehst du doch, wo er ist. Ja. Nein, ich habe ihn nicht, weil ich es gut sah. Ah, da kommt einer. Oh, shit. Guck mal, anstatt hier so hinzustellen, kann ich mir ja mal ein Dings hinlegen, ne? Oh, der Panzer steht da noch. Ja, ich mesche ihn mal weg. Wirklich? Ja, ich habe Panzerfaust dabei. Da, hol mich weg. Das bringt so gar nichts, was wir hier gerade machen, ne? Nee, das ist ein Fahrzeugkampfunfähig gemacht. Weil, eigentlich schießt ihn wir weiter und den nächsten Punkt ein. Wenn wir die Runde hier gewinnen wollen. Ah, der hätte schießen können, wurde selbst erschossen. So ein Mist. Das passiert. Und der brennt auch schon. Stufe 34, ja, was soll man da für eine Chance haben? Mal jetzt mal ernsthaft? Ich habe keine Ahnung. Du wurdest befördert. Jetzt nehmen wir das ein. Lens, Lens Corporal. Ich bin bei Bravo, habe ich noch ein bisschen verkugelt. Ich hoffe, dass ich auch hier überlebe. Bläh? Ich schieße ihn im Kopf, ich sterbe. Ja! Das haben wir ja wie ein Monophofer. Das ist völlig normal. Oh, der hat noch minimalst einen Energiebalken. Das ist so klar. Wann, woher kommt E denn schon wieder hin? Ich bin jetzt gerade bei E. Da werden alle Punkte gerade eingenommen, das seht ihr, ja? Dann bin ich bei E am Einnehmen. Ich bin bei Bravo am E-Einnehmen. Jetzt geht es zur A, weil wir... Unser Panzer hat verloren, das ist schlecht. Oh, ich höre einen Panzer, aber es ist... Nee. Oh, hoffentlich ist es einer von uns. Nee, es ist keiner von uns. Wo denn? Äh, von A zu B. Also, von Alpha zu Bravo. Oh, ich schieße wie eine alte Oma, ey. Bei Alpha steht in einem Schiebgesicht. Oh, da sind wir zusammen Spiele. Ich treffe ihn nicht, warum denn nicht? Ach, komm. Lutsch mir doch die Cojones. Heißer. Mit was hat der denn geschossen? Ah, gemessert. Was benutzt ihr denn so für Waffen? Äh, ich bin ein Freund der M sonst irgendwas. Ich bin nur der simple Pionier mit Panzerfaust und... Der M sonst irgendwas? Es gibt mehrere M. Ja, ich weiß. Die vom Sunny. Die Standard M. M16 A3, dann wahrscheinlich. Nee, die A... Halt doch um! M16 A4 gibt's noch. Äh, M4 16? Keine Ahnung. Punkgranate? Ja, dann nehme ich die. Ja, das ist natürlich, wenn man die Karte kennt, dass man sich unter dem LKW verstecken kann. Zumal er, ihr seht's am neben, der ist nicht down, der ist tot. Du kämpfst gegen einen Panzer, wie ich sehe. Warum kämpfst du denn gegen einen Panzer? Ehe, du kämpfst gegen einen Panzer. Nee, ich nicht. Aber der fährt da draußen rum? Das ist für dich so geil. Die saubere Leistung! Das Einsatzziel wurde erhoben. Der steht da oben rum. Ich renne hier erstmal schnell. Boah. Ja, wir wollen ja A1. Ich folge dir. Wo seid ihr denn schon wieder? Ja, siehst du, auf der Karte. Boah, da hinten ist ein Jet schon wieder. Äh, jetzt sehe ich mich doch da. Wo lauft ihr denn? Ich wollte zum Panzer, aber der hat anscheinend schon Zeit. Leute, wir müssen weiter. Ich lauf doch schon. Was, Delta, haben wir? Bravo, ne? Zu Delta kommt grad ein Panzer gefahren, aber... Na, da können wir ja nichts gegen machen, ne? Also ich nicht. Nee. Doch, der David kann. David könnte. Oder das Hufrauber da oben, CD. Transport und V. Werden uns bestimmt alle gespottet und aufgelegt. Auf und entdeckt. Welche Taster gab's dafür? Da kommt jemand aus der Hande raus. Da vorne, ich habe ihn gespottet. Er geht zur Leiter, die hoch geht aufs Dach. Hier sind ein paar drinnen. Einer weniger. Panzer vor der Tür. Panzer vor der Tür. Panzer von allen Seiten. Da kletter ich denn jetzt eigentlich Leiter über die Tür? Das weiß keiner. Der Panzer ist immer noch hier auf der scheiß Ecke. Ich nehme jetzt auch ein Pion hier. Diese Panzer gehen auf den Tempel. Nee, nimm hier Versorger auf C4. Achtung. Wir haben das Einsatzziele oben. Das geht viel mehr. Hier, in die Tür setzen habe ich als Waffe. Ich glaube, das sehe ich gerade, wo ich jemanden umgelegt habe. Also Versorger C4 macht einen schlanken Fuß. Heute in der Halle ist wer drin. Oben ist er, auf dem Dach glaube ich. Nee, unten. Nee, klar. Habe ihn unten erwischt. Da kommt schon wieder bald ein Panzer. Jetzt brauche ich Heilung. Ich habe noch 12%. Da kommt bald ein Panzer. Der hinter dir. Wo bist du denn? Hinter dir. Hinter mir waren Sanni. Scheiße, von hinten Feuer. Da kommt ein Panzer. Panzer ruft es aus dem Wald. Achso, ein Panzer. Hier sieht jemand den Panzer neben mir. Ich bräuchte Money. Der hängt ja an den Spiegel zerstört. Den habt ihr zerlegt, selbst. Hier gebe ich weiter zu 10. Alter, das war geil. Ich mache mal meine DPI bei der Maus jetzt eine Nummer höher. Ich bin mal gespannt, was passiert. Ich feiere das Spiel hier gerade. Das ist schon der Maßnahme. Ich bin Platz 3 in der Hände. Oh! Ich weiß gar nicht, wie meine KD jetzt hier gerade aussieht. Ich weiß gar nicht, wie meine Punkte aussehen oder so. Oh, da vorne schieße ich nicht. Es ist ja nur Tau-Later und dann siehst du das ja. Nein! Hubschrauber. Hubschrauber ist es heute. C-On-Spot ist eine. Vorsichtig. Scheiße, wir haben das 1. Hubschrauber. Vorsicht. Sie werden, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Das sieht richtig schade. Ich habe eine Menge. Scheiße aus. 36 zu 144 Tickets. Kingsplay auch schon wieder weg? Tot? Ja. Du hast mehr Punkte. Ich habe zwar doppelt Killed. Alter, ich bin am Platz. Ich bin am Platz 1. Ja. Und zwar der Move, was die KD angeht, aber... Ja, das ist ja egal. Die Gesamtpunkte. Ihr kämmt, Alter. Das kann ich nicht verstehen. Ihr kämmt wie Sau. Nein, ich bin gerade jetzt eingestellt. Das war mal an Punkt verteidigt. Aber... Oh, Panzer. Adios. 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 David, wo bist du denn schon wieder? Am Boden zerstört. Weil du da rumkämpfst. Ja, ich... Ich kämpfe mit der Panzerfaust auf der Straße. Oh, US-32. Ja, wir haben anscheinend ein tuter Team. Oh, da ist... Hast du den C4 da rein? Mach die Denk. Oh, die... Los, C4. Nein, nein! Oh, nee. Hat der die zerlegt? Nein, noch nicht. Oh, hast du den ganzen C4 angemacht? Äh, war ich mit der rechten Maustaste, ja? Oh, das war ein Jeep. Das war ein Jeep. Ach, den hab ich kampfunfähig gemacht. Na, immerhin. Guck mal, ob ich den Jeep eingebüsche. Ne. Pass auf, die... Ja, mit der rechten Maustaste machst du C4 an. Hai Stück hier. Oh, ja, ich sehe die. Der Mini. Oh, da oben in deinem Häuschen war einer drin. Ja. An Granate. Pass auf. Oh, er hat auch eine Angranate. Oh, oh, weg, weg, weg. Oh, nein, die Flachkörfer. Scheiße. Das haben die gut gemacht. Da sind wir in den Fälle gelaufen. So, jetzt hab ich den aber... Aber ich hab auch mal einen mit der Granate erwischt. Aber das haben die gut gemacht. Die eine Seite mit Granaten, äh, und die andere Seite... Was war mal ein David ansteigen? Der müsste, glaub ich, eben umkämpflegen. Ja, ich bin hier noch. Ich krieg... Ihr seid gestartet, ich sterb. Ihr auch. Ja, ich hab Ryan weggen. Und den, der dich dann... Ah, nein. Warte, vielleicht kann ich noch zurück in den Welt, dass du da hast. Ah, let's see, Jury. Ich bin hier voll der Ingwer-Spieler. Merkst du das gerade? Aber... Aber sowas von... Vor allen Dingen, als ich reingekommen bin, äh, stand der andere Chip gerade hinter dir und dann konnte ich die schöne Nacken schießen. Ich gern ihm auch Messern können, aber dann echt zufrieden gewesen. Oh, hier vorne ist noch einer. Ich will an dem Panzer ran. Aber schaff ich nicht, warte, der fährt weg. Hast du ihn gefunden? Ja, ich seh den Typen. Ich hab ihn auf der Minimab gesehen. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Ach so, er ist tot. Der Panzer hat ihn gekillt. Da vorne laufen welche auf der Wiese. Auf der, auf der Wiese. Auf der freien Fläche. Ja, ich seh es. Die hüpfen da Hand in Hand lang. Da war noch zwei. Da kommt einer rein. Bei E. Was kommt rein? E. Zwei Stück. Bei E bist du noch? Was machst du bei E denn? Sonst noch jemand bei E? Nein, ich bin bei C. Boah, sind drei, vier Leute bei E. Also ich wollte jetzt zu D, aber da vorne steht ein Panzer. Ach, da hockt er wieder an seinem Häuschen, ey. Da denkt man, dass man die Runde nicht mehr gewinnen kann und zack sind die von 144 Tickets auf 70 Tickets runter. Könnte doch noch was werden, Jungs. Äh, wenn das mal was wird. Das wird eine knappe Kiste, aber es könnte noch was werden. Aber wir haben drei Points. So lange wir drei Points halten. Bravo wird auch angenommen von uns gerade. Ich halte mal, ich bin bei C, ich halte die einfach. Oh, da steht einer. Ich sehe ihn. Aber ich kann ihn nicht treffen. Ah, ich sehe einen auch auf mich zukommen da hinten. Er ist weg, glaube ich. Da vorne auf der Straße ist ein Typ. Auf der Straße? Achtung, alle herhören. Wir haben eine Freizeitze verloren. Der hat irgendwas hier gemacht. Achso, der hat Minen verlegt. Ja, und vielleicht haben wir sie ja gerade ein bisschen ausgeräuchert. Boah, hier bei Bravo ist die los. Die sind bei 61. Die haben zehn verloren. Vier, drei. Ja, vor allen Dingen auch immer, wenn einer ansteigt und so weiter, der ist ja auch gleich, der ist auch ungefallen. Ich habe ihn mal mit dem Panzer reingehauen. Sauber. Ah, so knapp vorbei. Wir haben gerade wieder einen Transportnusschrauber. Mhm. Äh, A wäre eigentlich ideal einzunehmen, ne? Wo ist der denn, sag mal? Wir sind wieder voll auseinander, ne? Wo seid ihr denn? Bei C. Ich bin gerade tot. Wie gesagt, ich darf nicht C. Kannst du jetzt bei mir einsteigen und zur A mitkommen? Oh, das wird eine knappe Kiste, ey. Sie sind hier gefangen, ne? Ah, wieso springt... Oh, ein Reifen liegt im Weg. Ja, klar. Ah, kriegen wir. Oh, da hinten fällt einer rum. Da siehst du ihn, glaube ich. Ja. Wie ihr da steht, ey, das sieht aus. Ihr seht... Ist er tot? Nee, der lebt noch. Aber ich habe ihn nicht gespottet. Hast du ihn gespottet? Da ist er. Links auf dem Berg. Ja, ich sehe ihn. Noch einer. Noch einer? Ja, aber hier. Ah, scheiße. Was war das denn? Na gut, so treffen wir natürlich auch teppig, ne? Ach, der hat dann aber die ganze Zeit hier schon gekämpft. Das ist mal einfach. Warum macht er sowas hier hinten? Nimm doch Punkte ein, die Punkte bringen. Warum kommt mich denn keiner von euch zurück? Weil ich das nicht kann. Ach, der kann das auch nicht. Ja, stimmt. Ich bin ja der Sani in unserer Gruppe. Entschuldigung. Ja, schön. Ja, warum wir das gemacht haben, David, weil es Spaß macht. Ja, ihr wird geschoben. Warum? Ah, shit. Wo kam das denn her? Der stand direkt da. Der ist sehr gut, weil es Spaß macht. Oh. Granate hat ihn erlegt. Ich hole da den einen Typ zurück. Ne, ging er. Beschade. Können wir eh knicken. Ist einfach realistisch. Ach, das war's. Das war's. Ich hab's versucht. Aber das war gerade der Moment, wo ich drücken wollte, ist die Dings weggegangen. Oh, hier sind noch Gegner. Wir nehmen die Flagge nicht rein. Wo braucht's raus? Jetzt sind wir mehr als die. Aua, aua. Haha, gemesset. Oh, sauber. Das war gut. Freie Stütze neben mir gespawnt. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Dein Tickets noch. Total. Aber geil hier rum, ehrlich. Richtig geil. Also hat mir jetzt super viel Spaß gemacht. Seid ihr noch da? Ja, ich bin gerade konzentriert. Ja, ich bin gerade konzentriert. Ich hab nämlich Platz. Mit uns sind noch viele, Alter. Ja, ja. Also ich steig jetzt mal nicht ein, weil wenn ich jetzt einsteige kann. So, wir warten. Jetzt haben wir noch nicht. Wir haben ihn getötet. Aber es zählte niemand mehr. Dein Team hat verloren. Das war doch eine geile Runde, oder nicht? Ja. Guck mal. 2, 3, 4. Ich bin ernsthaft noch vierter geworden. Ja, durch die Punkte. Ja, durch die Punkte. Gerade so. Ne gut, ihr liebe Leute. Denn sagen wir mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht, wir machen Battlefield 3 mit der Community. Meldet euch, wenn ihr mitmachen wollt mit uns. Völlig verrückten Losern. Oder auch nicht. Sind wir cool? Sind wir cool? Irgendwie so, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und sagen schon mal, bis nächstes Runde und Tschuh. Au da. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.